Ich bin Kerry Campbell und this is your Green Party Minute. Hans, wollen wir das auf Englisch oder Deutsch machen? Auf Deutsch. Auf Deutsch. Ich bin hier mit Hans-Christian Stobler, der erste Grüne, der direkt zum Bundestag gewählt war. Und gleich noch wieder hoffen wir, dass es dazu kommt. Erzählen Sie mir bitte etwas von dem nächsten Jahr, 2011 für die Grünen. Wie sieht das in Berlin aus? Also erstmal muss ich Sie korrigieren. Ich bin bereits dreimal direkt gewählt. Entschuldigung. Da bin ich ganz besonders stolz drauf. Ich auch. Immer mit größeren Mehrheiten. Und ich hoffe, dass das nächstes Jahr klappt, dass die Grünen in Berlin die Führung im Renate übernehmen können. Also die stärkste Partei wären und damit auch den regierenden Bürgermeister bzw. die regierende Bürgermeisterin stellen. Wir haben jetzt Renate Künast nominiert und sie hat eine gute Chance. Wir müssen sie nur nutzen. Wunderbar. That was your Green Party Minute with Hans-Christian Stobler. Dreimal gewählt. Okay. Das ist nicht so. Ich bin schon einологisches Dreimal. rut